hallo herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist kubana und ich spreche mein kanal intro video tatsächlich in einem spiel das ich vor vielen vielen jahren sehr häufig immer wieder und sehr intensiv gespielt habe wir befinden uns gerade in der halle in meiner halle der monumente wie ihr seht das ist ein ritu den ich hier spiele mit zweitklasse mess mal leider fehlen mir immer noch ein paar dinge die ich noch gerne ausstellen wollte auch da mangelt es noch ein bisschen ja nichtsdestotrotz was könnt ihr auf meinem kanal erwarten vielleicht auch mal tatsächlich ein video zu guild wars könnte ich mir sehr gut vorstellen ich habe extra installiert um dieses video hier zu drehen und es ist eigentlich schon sehr schön also wenn man sich überlegt wie alt dieses spiel ist es schon sehr schick gewesen damals man konnte nicht springen man konnte nicht schwimmen für alle die vielleicht guild wars einmal gespielt haben das war ja eine der häufigsten kritikpunkte und das hat man ja gilt was zwei komplett anders gemacht da war schwimmen und springen plötzlich nicht nur wichtig sondern sogar notwendig um viele dinge zu erreichen kann man sich lange drüber streiten ob das nun gut oder schlecht ist nichtsdestotrotz was erwartet ihr auf meinem kanal wie es vielleicht schon seht es sind sehr sehr viele videos jetzt schon da es gibt sehr viele dinge zum thema fortnight aber natürlich auch guild wars 2 ihr seht das ein oder andere mmo wie zum beispiel path of fire aber auch spiele wie zum beispiel terraria oder starbound also ich mische munter und habe da auch spaß dran euch immer wieder auch mal was anderes zu zeigen und ihr könnt dann ja tatsächlich selbst entscheiden was euch interessiert und was nicht das ist ja das schöne an so einem gemischten thema ihr seht eben und könnt entscheiden was ihr wollt und was sie eben nicht wollt nun ja es würde mich natürlich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert das fände ich super denn dann seht ihr natürlich was ich gerade aktuell hochlade vielleicht auch mal tatsächlich ein video zu guild wars ich sag's nur ich will es nicht versprechen aber ich ich denke tatsächlich mal darüber nach dass vielleicht mal ein video dazu zu machen und wenn es im schlimmsten fall nur eine account tour ist wobei das fände ich echt langweilig aber natürlich auf jeden fall weiterhin zu guild wars 2 da werde ich regelmäßig weiterhin schwarz löwen truhen öffnen ob ich noch andere videos zu guild wars 2 zeigen werde weiß ich nicht aber auf jeden fall schwarz löwen drohen sind auf jeden fall ein thema mit dem ich mich da beschäftigen werde und dann natürlich fortnite fortnite da gibt es ja diverse upgrade lama öffnen aktionen von mir aber auch viele viele missionen die ich gespielt habe und das ein oder andere erklärvideo auch da bleibe ich natürlich dran und alles andere wird sich zeigen würde mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert und natürlich meine videos kommentiert damit ich weiß was euch gefallen hat oder was nicht und wo ich mich verbessern kann bis dahin euer kubana